Er hat Spitznamen wie Todesberg oder Schicksalsberg. Wegen der vielen Bergsteiger, die ihr Leben verloren beim Versuch, ihn zu bezwingen. Im vergangenen Jahr aber haben hier am Nanga Parbat radikale Islamisten, zehn ausländische Alpinisten und ihren Bergführer ermordet. Seitdem steckt die ganze Region um den sagenumwobenen Achttausender im Norden von Pakistan in der Krise. Einst wurden hier täglich hunderte Touristen gezählt. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nur noch an die 50. Das Massaker des Sommers 2013 hat auch fast alle anderen abgeschreckt. Viele, viele Leute haben ihre Besuche in Hunsa gestrichen. Wir haben nur noch zwei, drei Touristen pro Tag. Immerhin kommen nun Besucher aus anderen Regionen Pakistans. So gut wie jedes Jahr gehen wir in den Sommerferien ins Ausland. In die USA etwa, nach Europa oder Malaysia. Dieses Jahr bin ich im nördlichen Pakistan. So schöne Berge und Landschaften habe ich nirgendwo sonst in der Welt gesehen. Geschäfte wie mit Bergsteigern aus dem Ausland lassen sich aber nicht machen. Denn die beschäftigen Träger und Bergführer und geben mehr aus. Die Pakistaner kaufen solche Dinge nicht. Sie brauchen sie nicht. Was sollten sie mit einem Schlafsack? Aus unserer Sicht müssen die westlichen Reisenden wiederkommen. Wenn sie nicht wiederkommen, wird es eine Katastrophe für unser Geschäft. Der Norden von Pakistan war lange der letzte Touristenmagnet des Landes. Seit der Attacke der Taliban, die offenbar ein missglückter Entführungsversuch war, ist die Gegend noch etwas einsamer geworden. Die Hintermänner der Bluttat sind immer noch auf freiem Fuß.